So, meine lieben Freunde, da die lange Folge Nacht noch nicht vorbei ist, machen wir jetzt weiter mit Tütchen. Nummer 5, Tüten, auch wieder bestehend aus Minimum 3, dann noch wieder andere Untertüten und Untertüten, Tüten mit Untertüten. Soweit sind wir bisher gekommen, ich summe euch mal wieder rein und dann gucken wir mal, dass wir weiterkommen. Da ist es heute. Naja, soweit. So, wieder ganz viel Kleinschatz. Genau, Kleinschatz. Leggis Kopf habe ich hier schon. Aber das setzt sich fort, ja. Ja, das ist zwangsläufig. Oh, jetzt wird es ganz klar. Ich mache das zu Hause auch so. Recycling! Oh, ah! Das hat, äh, eine Glutzeinchen. Yay! Und Maggis Kopf. Oh, mit Schnulli. Mit Schnuller? Mit Schnuller. Den kann man aber nicht rausnehmen. Schade. So. Den zeige ich euch auch erst, wenn Maggi dran ist. Noch ist sie dran. Ach doch, sie ist dran. Doch, sie ist sehr eng. Jetzt ist es dran. Wir wollen Maggi sehen. Okay. So, die zoome ich auch mal ganz nah. Das hat sie verdient. Ja, die ist ja richtig knoffig. Und da sitzt sie. Maggi Simpsons. On top of the world. Ja, sie kriegt ja auch ihr Zimmer. Kriegt jetzt ihr Zimmer, ja. Da bin ich auch mal gespannt, wie es gemacht ist. Kommt erstmal beiseite, unsere liebe Maggi. Kommt zu Marth, Schumer und Bart. Und Flanders. Ja. Da kannst du auch mal die Folge, wo sie Maggi, äh, Kinder gesittet haben, beziehungsweise alle eigentlich. Das stimmt, ja. Das ist, weißt du, was das ist? Entschuldigung, das hatten wir aus der letzten Folge noch. Was ist das denn jetzt? Ach, der Staubsauger. Das ist der Staubsauger. Da kann Matsch mit Staubsaugen, so sieht das dann nämlich aus. Klar. Das ist kein Mikroskop. Wird auch auch ein Gott. Das sieht aus wie ein Mikroskop. Nein, das ist der Staubsauger. Deswegen guckt Matsch auch schon so bedröbelt, weil sie nicht immer nur Hausputz machen will, was ich auch verstehen kann. So. Bist du schon fertig? Ich bin schon fertig. Ja. Ja, ja. Oh, bitte fließen. Ja, ich freue mich. Ja, fließen ist schön. Geht gut von der Hand. Ja, der Vorteil ist ja auch, ne, bei diesen Fliesen, dass da immer so Steine eingebaut sind, dass man da was reinstecken kann. Ja, richtig. Die Idee ist ja ganz witzig. Warte. Kommt der hier rein, ja doch. Ich suche dir eine ganze Zeit, um ja, einen Griff. Ich mach das schon. Ich mach das schon. Dudu macht das schon. Boah, Chef, gleich das zweite Haus gefließt. Geht auf die Mütte. Aber welches Zimmer hat so einen grünen Boden? Da überlege ich gerade auch schon. Von der Größe her kann es dann nur ein Schlafzimmer sein, oder? Das muss ich mal überlegen. Also Lisa und Badzimmer müsst ihr eigentlich hier sein. Richtig. Weil wenn man hier kommt. Ja. Und da ist auch irgendwo das Badezimmer. Dann kann das eigentlich nur ein Schlafzimmer sein. Aber ist das auch schön. Man sieht das so oft. Man achtet einfach nicht drauf, ne? Für dies. Man guckt halt eher, was Marge und Thomas machen. Was interessiert mich denn nicht? Herr Peter und der Bohr. Ja, wenn er dann sagen, wer ein Prostüm zum Marshall anzieht. Genau. So, einen noch. Ja doch, die ganze Reihe fehlt ja noch. Ach, Tobias. Sitz da und weiß nicht, was zu tun ist. Ja doch. Das ist ein Leerling. Weiß ich doch. Na, die sind alle bei dir. Und fertig gefließt. Aber es ist, weil die Platten hier. Ja, die Platten sind dort. Genau. Da ist quasi das Haus zu ihm, ne? Ja, quasi. Quasi. Aber die fallen da nicht wunderbar, also. Ist ja eh nur Zeichenträger. So, zwei Ecken. Oh. Ich saß noch und mach's nicht. Zwei Ecken. Um zwei Ecken geht das, ja. Und was, ne? Ja, natürlich. Ein Waschbecken. Also da wird wirklich jetzt das Badezimmer. Fliesen. Ah, lila Fliesen. Ah, da ist es. Aber ist dieser Dreier, hast du das? Schau. Ne, ich hab noch nichts gemacht diesbezüglich. Oh, der ist auch interessant. Und was noch mal ein bisschen zurück ist, ist auch ein bisschen zu nah dran. So, sieht besser aus. Da, 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 da. Hm, genau. So, dann geht doch direkt weiter. Ja, richtig. Och Gott, hier haben die ganzen lila Teile. So, da kommt noch so ein weißer Loch dazwischen. Weiß Fliesen. Die Badewanne. Überzeug bin ich davon noch nicht, dass das was badet. Doch, ich schaue. Meinst du? Das ist die Dusche. Oder das Rhythmia Gizzeile, kann auch sein. Wenn das so lila ist. Weil die haben eigentlich eine richtige Wanne. Die haben nicht nur eine Dusche. Das stimmt. Matsch geht ja schon mal gerne baden. Wenn es die Zeit dann zulässt. Das sieht man ja auch an manchen Folgen, muss sagen, was drin liegt mit ihrem Wein. Mit ihrem Wein, wie sie es immer so macht. Genau. Hier ist es ja voll die Alkoholiker. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Hier durch, ne? Ja. Aber sie lässt sich doch schnell zum Saufen verfüllen, wenn man das so sagen kann. Kann man ja auch. Wie kann man fangen hier? Na, das kannst du so auch nicht sagen. Also, was wenn man so alles weg trinkt. Das stimmt, ja. Aber ihre Schwestern, ich glaube, die können auch ganz gut schlucken. Ja, genau. Betty und Selma. Betty und Selma. Betty und Selma. Das denke ich auch, ja. Deswegen liegt das ja in der Familie. Nur bei Grandpa sind es, glaube ich, nicht so, oder? Nee, dann sieht man nicht so. Schund. Weil, wenn er mal ausgeht, klar, dann gönnt er sich auch mal was. Aber er kommt ja nicht so raus. Gibt halt die eine oder andere Folge, aber sonst. Ja, nicht so viele Folgen, wo er mal... ...aus sein Altersheim kommt. Hm. Das ist übrigens auch eine merkwürdige Geschichte, ne, mit dem Altersheim. Weil es gibt Folgen, da machen sie sich ja quasi total lustig, dass er da ist. Richtig. Aber es gibt wiederum auch eine Folge, wo Homer zu ihm kommt, nach dem Motto, hör mal, meine Frau oder Freundin, ich weiß nicht, ob sie da schon verheiratet waren, er wartet ein Kind und er sagt dann, okay, ich helfe dir und ich zähle dafür dann. Rätt dich. Aber er bietet ihn ja an, bei sich zu wohnen, also er muss auch eine Zeit lang in dem Haus gewohnt haben, sonst haut das chronologisch nicht hin, aber auch durch, ne? Nee, aber noch nicht, da fängt noch so ein Grauber hier. Da kam der schon dazu, dann habe ich ja auch übersehen. Ich habe schon. Okay. Ja, das stimmt, also in der Zeit hat er da wohl gewohnt. Ja, nicht lange. Und dann haben sie ihn rausgeschlossen. Richtig. Wieder abgeschoben. Dann müssten sie mal ein Flashback machen, wie es dazu kam, wüsste ich jetzt zumindest nicht. Nee, also da wüsste ich jetzt auch nicht. Aber wenn ihr wisst, wisst in den Kommentaren. In die Kommentare, wie das aber so ist. Ups. Da gibt es ja auch eine ganz schöne Folge, wo er sich nochmal verliebt. Der Ape, ja. Rätt dich. Wo sie noch auf dem Rummel sind und dann stirbt sie. Ist auch eine ganz traurige Sache eigentlich. Oder wo er beschließt, Selbstmord zu begehen und sagt, wenn in den nächsten 24 Stunden keiner anruft, dann lässt er sich umbringen. Da gibt es eine Firma, die das wohl macht. Aber kurz bevor es dazu kommt, wird das Gesetz geändert und dann... Naja, naja. Aber er ist aber im Glauben, er sei tot und läuft dann auf der Straße rum. Aha, so sieht der Himmel aus. Ja, stimmt. Ich finde, wie schon witzig. Also, wie gesagt, ich will das jetzt nicht spoilern. Wir haben es ja noch nicht erwähnt in der achten Staffel. Ich hätte es ihm echt gegönnt. Ja, wir wollen da nichts beinahmen. Das ist schon richtig. Das wird ein Mengis Zimmer da oben. Aha. Sag ich ja, das Lilo. Ah, das? Okay. Dann mache ich das hier und du darfst das Klo machen. Das ist ja auch geil. Hammer. Ja, lieber zum Detail. Ja, in der Tat. Oh, den brauche ich jetzt. Jetzt noch das Klo wird gebaut. Ja, selbst Fliesen und wir machen alles Handwerk heute. Obwohl heute Feiertag ist. Sanitär machen wir heute auch, ja. Genau, sanitäre Anlagen. So, wo ist denn der eine? Vierer, ja. Oh, das ist ein anderer. Nee, ist es schon. Ich habe doch gesagt, das ist das Klo. Aber eigentlich haben sie eine Badewanne. Da hast du schon recht. Ja, es passt vielleicht nicht rein. Oder das ist von einer anderen Zeit, das Haus. Wo sie noch keine Badewanne hatten. Bist du schon fertig? Ja, das Klo wird ja schnell. Aha. Soll ich das? Das sieht ja irre aus. Ja. Wenn man da sein Geschäft verrichtet. Die Folge ist ja so lustig, weil er da runterfliegt. Dann kommt er ins Wohnzimmer. Direkt direkt. Also eigentlich liegt das ja dann falsch. Weil wenn er runterfliegt, ist er ja direkt hier. Er landet auch in einer Folge in der Küche. Stimmt. Stimmt. In einer Folge gibt es auch. Da, wo sie Termiten haben. Ja, richtig. Wo er dann noch sagt, raus hier. Und sich dann umguckt. Oh. Genau. Ups. Also die Toilette ist wahrscheinlich auch immer woanders. Ja. Aber das weiß man halt nur, wenn man so die Serien so gut verfolgt, ne? Das ist richtig. Das ist ja auch eine interessante Konstruktion. Maggies Bett. Ja, der Laufstahl halt, ne? Nee, geht's auch von Lego her. Mhm. Sieht schon geil aus. Das ist ja schön bunt auch. Jo, danke. Genau, das ist ja das Wiegenstück. Das kann man sogar wiegen, oder? Wie sehe ich das? Wegen den Pappel da unten? Mhm. Glaube ich nicht. Das ist zum Festmachen. Nee, das wär's jetzt nur gewesen. Ich hab das auch noch nie wiegen sehen. Das wird ja dann, ne. In die Ecke, genau. In die Ecke festgemacht. Könnte aber trotzdem ins Elternschlafzimmer sein, ne? Ne, das passt irgendwie nicht so. Oder kommt das einfach nur so? Ja, weißt du, was dein Fehler war? Du musst vier Stück da dran machen. Achso, die, ach, an Außenseite. Ja, das stimmt. Ich hab's in der Mitte gemacht. Deswegen. Ja, hast du recht. Hast du die anderen zwei schon gesehen? Einen hab ich, ja. Da ist noch einer. Das stimmt, das hab ich tatsächlich falsch. Sind vier Stück. Auch ich mach mal einen Fehler. Dann passt das auch. Ja, es ist wirklich nur ein bisschen... Nö, doch, es hält doch ganz gut. Das hält. Ich fand doch ganz ordentlich. So, ach je. Oh. Dann mach du den, dann mach ich wieder den hier. Und du machst das Waschbecken. Ja, ich bin auch sanitär, ja. So, äh, den brauch ich. So, dann brauch ich den. Ach, dann kommen halt solche Sachen. So, ähm, das hält ja. Ist das der Richtige? Oder gibt's da den hier? Das sind die selben, ne? Jetzt geht das auch wieder ein bisschen in die Höhe. Ja, sollte es auch. Sag ich jetzt mal ganz dreist. Ja. Wäre schlecht, wenn wir immer nur unten bleiben. Äh, da ist noch so ein Zwerer links. Ist... Wie jetzt... Hm. Ja, 3 ist schon da. Oh, 6. So... Also such diesen einen, ja, diesen noch. Ja, diese weiße ÄckerEurope. Hm, die weiße Icky. Ja, das kann man ja. Gut, das ist jetzt auch nicht lebenssichtig. Ich habe nur drei von vier bisher. Ja, ich habe ja auch keine zu viel gemacht. Das passt ja genau. Äh, er fällt genau eine weiße kleine Ecke. Also da finden wir sie noch. Ohne Lego-Feed von den Brinkern. Nö, das würde ich nicht mehr sehen. Ja, es könnte ja sein, dass die jede Woche drin waren. Ja. Machen wir weiter. Ich stelle es erstmal rein, weil es ist schon das Letzte. So. Und zum Glück muss ich es nochmal rausholen, da kommt man ja jederzeit dran. Da kommt man ja jederzeit dran, ja. Aber wie das manchmal so ist, manchmal sieht man die beiden Fassade rein. Genau wie jetzt. Ha! Nein! Jetzt reiße ich alles ab, wa? Nee. Kriege Lego doch kein Brief von mir. Ja. Ich habe das schon gehabt. Ja, das passiert. Ich habe einen Schlüsselanhänger gekriegt als Entschädigung. Weil denen das wohl doch peinlich war. Zumindest wollen die das wieder gut machen damit. Ja, sowas kann halt drauf passieren. Sind denn nur Maschinen? Hast du nochmal nachgeguckt wegen deinem Schädel, der dir vorhin umgegangen ist? Ja, der ist weg. Oh. Da schicke ich vorher auch mal, dass hier einer haben möchte. Ja. Genau den hatte ich auch gemacht. Ja. Das sagst du dir schon zu Zeiten mal. Ja. Ja. Manchmal hat man so einen Flow drauf. Und dann auch wieder nicht. So ein Flow. Das ist so Flow. Florian. Dann haben wir es, ne? Die Seite. Die Seite. Gott, der hat sogar eine Toilettenrolle. Eine Toilettenrolle, ja. Cool. Wolltest du die machen? Ja, ich baue schon zusammen. Dann baue ich diese komische Ecke nach. Echt cool. Das ist schon Hammer, ja. Ja, wo ist der mit dem Pumper da? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. Ja, soll das hier, was eigentlich eine Tür ist, die Toilettenrolle darstellen? Ja, du siehst ja nur die eine Seite. Die andere Seite sieht man ja nicht. Weil es hängt mit dem Griff ja zusammen. Es wirkt ja so rum. Genau. Ja. Ich gucke nur, was die Karte macht. Alles gut. So. Ähm. Was wollte ich machen? Das hast du schon. Den habe ich. Genau da bin ich jetzt. Mir fehlt dieses komische Ding, wo ich die Lichter dran stecken kann. Dieses. Das hier. Ja. Hast du die Lichter auch schon gefunden? Ah. Ich wollte nicht da dran kommen. Ja, das ist so blau und... Und laut. Hab ich hier. Oh Gott. Ach, der kommt da. Einer drunter, einer drüber, ne? Ja. Blau und rot kommt da. Warm und kalt Wasser. Ach so. Ja, das kann natürlich sein. Ähm. Stimmt. Das ist logisch. Kann ich ja schon... Sekunde, ich muss eben gucken, wo es hinkommt. Ach ne, da fällt ja eh noch die Umrandung. Ja. Da kommt der Busche rein. Kommt ja noch die Umrandung rein. Ne, da kommt er nicht rein. Da kommt er hin. Ja, du wolltest schon wieder ein Tücken weitermachen. Ja, wäre ja aufgefallen. Nein, 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 nein. Irgendwann wäre es schon mal aufgefallen. Wahrscheinlich beim nächsten Licht schon. Ja. Das ist ja meistens so. So, hier bleibt offen. Auf deiner Seite kommt auch noch Zeugs, oder? Nein. Nein. Nicht durch. So, dann geht's auch fleißig weiter. Spülkasten für deine Toilette. Alter, das ist aber echt sehr detailliert diesmal. Tja, das stimmt. Aber war der Turm auch? Aber das haben wir ja auch. Der war der Turm auch. Alter, ich. Der Türmscher. Das war falsch. Da, 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 da. So, Spülkasten. Haben wir gesagt. Dann nehmen wir mal den hier. 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 Oh Gott. So, dann kommt der Bursche da drauf. Nee, der ist halt schon. Der kommt da drauf und... Da kommt der Mauer-Ding her und da kommt... ...der... ...her. Ja, du bist ja dann, Alter, Frau. Warte, du bist doch nicht ein bisschen weiter. Okay. Zwei. Drei. Passt. Ja. Obwohl, warte, da kommen ja noch die... Hm... Obwohl, das ist... Einmal... Ja, doch. Doch, aber doch, ich war grad schon mal link. Kommt noch einen höher. Ja. Ja, aber man... Ja, das ist richtig. Ja, ja. Ich muss mal gucken. Das andere ist schon vier hoch, das andere halt noch nicht. Okay. Okay. Jetzt kommt noch eine Etage drauf. Ein Badezimmer auch. Ein Badezimmer auch, genau. Das ist ein Falter. Wie kommt denn der andere hin? Ach, da noch. Da. Und deine Seite bleibt, wie sie ist. Genau. Fenster. Fenster habe ich ja schon vorbereitet, den müssen wir nur zusammenstecken. Hä? Die Pumpe unten und oben. Kommen wir mal zwei zusammen, oder? Ja, mal zwei zusammen. Schon wieder so ein merkwürdiges Fenster. Aber die Fenster sind echt strange. Also, oben kommt der glatte drauf. Ach, oben kommt der glatte drauf. Ja, hab ich gerade aufgezählt. Den brauche ich dann nämlich. Ja, hatte ich genau vertauscht. So, und dann kommt dieses mit diesem Pimpel wieder. Das, was jetzt dran steckt. Das hatten wir schon mal. Das hatten wir schon mal. In la Garage. Wo kommt das jetzt so wahrscheinlich, ne? Oh, ja. Na, das ergibt mehr Sinn, nur in der Garage. Wieso wird das ergibt auch Sinn? Ja, weil das hier abschließt. Kann es sein, dass wir das in der Garage auch hinten machen müssen? Nein, nein. Auf dem glatten. Stü... Das können wir ja nachholen. Ja. Weil die Glatten sind auch da noch drin. Ja, holen wir unter Umständen nach. Holen wir nach, auf jeden Fall. Deswegen, weil die auf einmal abschließen, weißt du? Das wunderte mich gerade. Warte, merke ich es nicht, ne? Ne, nur die Fenster. Das heißt nur, ne? Oh, das Fenster. Ach Gott. Jetzt kommt der Ausgleich da hinten. Irgendwie, irgendwo. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ne, da muss noch einer inzwischen. Was? Ne, vier, ja. Ne, vier, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, drei, zehn, zehn, sechs. Okay, fertig. Fick. Müsste das jetzt dieser hier sein? Da kommt ein Vierer drauf, da kommt hier so ein Einer, den hat Tom hier schon, den Einer hat er nicht. Den Einen Einer hat er ja. Den Einen Einer, den Anderen Einer nicht. Den Anderen Einer nicht. So, deine Seite ist fertig, ne? Ja, aber da... Oh, da, hier so. Ich mach schon mal hier das Kleben und so. Ja, mehr ist ja auch nicht. Ja, doch. Ach so, da, ah. Ja, mehr ist ja nicht. Aber probably auf... Vielleicht, was kommt da wieder hin? Nein, doch. Ja, doch. Die Klimaanlage, nett. Ja, wie es aussieht. Gut, die Klimaanlage, nett. Das wusste ich jetzt aber auch nicht. Oder? Das war... Nee, ich kann auch nicht, dass ich das weiß. Das... Weiß man. Anzunehmen, ne? Das... Weiß man ja nicht so. Ist doch nicht alles so gehört. Er ist halt ein gutmütiger Mensch. Wenn jemand einen Link fragt, kann er halt nicht Nein sagen. Ja, da kommt auch schon wieder was drauf. Was sind denn die? Hä? Was hast du da? Ja, diese. Die habe ich schon dran. Da. Die kommen ja hier rein. Die habe ich schon. Ach so. Bist du fertig mit Kleben? Dann steck's mal drauf. Ja. Muss nur gucken, ob der Kleber jetzt richtig ist. Ja, ein Tuch von den Flanders. Alles gut. Kann man lesen. Und ist gelogen. Hehehe. So, dann habe ich alles auf einer Höhe bis auf hier oben. Das soll auch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Was gibt denn das? Das Ehebett. Das Ehebett. Schlafzimmer. Ach liebe Güte. Den hast du ja schon, ja. Ja. Äh... Blaue... Dings. Das sieht ja echt irre aus. Aber ich vermute echt, dass das hier noch reinkommt. Das wird da reinkommen, denke ich auch. Oder es kommt hier rein. Also, Marge ist aus... Äh... Ganz ruhig, ja. Bart ist aus dem Fenster geflogen. Aber das kann Zufall sein. Der kann sich ja im Haus aufhalten. Wo er möchte. Wo er möchte. Wir werden sehen. Ich bin auch gespannt. Vorher ist Ende. Ein blaues Bett. Dann kann ich ja mal kurz... Ich bin mal so frei mit dem Garage und Ding. Das lässt mir gerade keine Ruhe. Ja, genau. Das kannst du ja... In der Zwischenzeit mal nachlettern. Das ist das Auto. Bum 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 bum. So, da ist das. Ja, das kommt so... Nein. Tatsächlich. Gehst du über die Flacken die ja mal her oder bist du schon fertig? Ach, was ist denn? Oh Gott. Wenn so schnell wie du... Ähm... Die zwei. Genau. Die kommt tatsächlich noch da raus. Dann werde ich das mal schnell korrigieren. Ja. Was ja jetzt dann kein großes Problem darstellt. Ne. Also das ist... Die sind ja Gott sei Dank oben. Ja. Ich hoffe es gewesen, wenn die eingebaut wären. Man muss zwar den einen oder anderen Stahl nochmal rausnehmen, aber... Das lässt sich veranzeigen. Ja. Ich hoffe, dass wir das nicht gesehen haben. Das wäre ja dieses braun in braun. Mal bitte erst mal rühlen. Wie ist das gemeint? Und dazu kommt, dass wir ja noch Sonderzustände haben mit dem Licht. Ja. Das hört halt. Das ist ja nicht schlimm. Wir können es ja korrigieren. Genau. Schlimm wäre so, wie du schon sagst, wenn man dann drei Etagen abreisen müsste. Ja, weil... Das fand ich bei dem Turm ja auch intelligent gemacht, dass man wirklich Etage für Etage vorgegangen ist. Und das Etappenweise erst zusammengebaut hat. Ja. Nur für die, die wir noch nicht gesehen haben, wir haben jetzt das hier korrigiert. Das könnt ihr gar nicht sehen. So. Weil hier vorher eine Lücke drin war. Aber aufgrund dieser Fenster konnten wir das jetzt korrigieren. Eine ist rechts, eine ist links. Das kommt mir auch symmetrisch mehr entgegen. Ich mag Symmetrien. Von daher kommen dann noch... Ach, dann haben wir noch die Dinger drunter. So. Das wollte so sein. Ja, Symmetrie ist wichtig, ja. Stimmt schon. Ja. Ja. Ja, ich guck mal, wie das... Aber das kann ja nicht nur so, ne? Trotzdem gehen. Soll ich es doch so rum drauf setzen. So. So. Sieht zumindest richtig aus. Ah! Jetzt krieg ich das Werkzeug in die Gegend. Gut, dass das Dach drauf ist. Daran hab ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Ja. Ja, das Werkzeug, ja. Ähm, da ist das. Ganz vier kleine Pfeifen. Schubladen sind das. Wo? Das sind die Schubladen. Das sind die Schubladen. Ja. Also ein Duftschubladen. So, Nummer 9. Könnte gute Mütterliche sein. Das ist so. Das ist mal so. Versteif dich drauf, ey. Mach ich auch. Diesmal ohne was da drunter, okay. Das ist schon wieder wie so. Verhung ich das überhaupt. Na, das ist kein Ding. Ich hab auch noch nichts gegessen heute. Das machen wir gleich. Nachher. Später. Da wir fertig sind, wie immer. Oh, deswegen hungern wir. Das ist eine Verlohnung für uns. Das Hungern, ja. Das ist eine Verlohnung für uns. Wir fühlen uns gut dabei. Richtig. Und ich mehr als er. Ich hab da was davon. Du nicht. Oh. Oh, weiße. Muss auch nicht sein. Oh, das ist sogar das richtige Bild im Wohnzimmer. Das hab ich noch gar nicht gesehen. Das ist das richtige Bild sogar. Äh. Eins von Matsch, ihren Bildern. Ja, das ist ja ihr eigengemalt. Das ist sogar. Ja. Schon traurig, was aus ihr geworden ist. Er hat überlegt, dass sie studiert haben. Ja. Ja, als er Roma kennengelernt hat, hat sie damit abgebrochen. Naja, sie hat das Studium schon fertig gemacht. Naja. Wie wenig weiß, ja. Stimmt, stimmt. Hat sie. So. Boah. Was ist das? Ein Nachttopf? Nachttopf? Ich, da steht ein Körbchen. Das ist dieser Bursche. Ja, aber warum steht der da? Warum steht der auch im Schlafzimmerschrank? Das ist wirklich cool, wahrscheinlich auch. Oder soll das Matsch doch in der Räder den nächsten Tag einkaufen? Handtasche, ja. Ihre Handtasche, ja. Da muss er nicht in der Mitte draufpacken. Ich glaub, das soll... Geht ja auch nicht. Weil das passt gar nicht. So. Ähm. Blau. Kommt tatsächlich beim Maggie mit dran. Okay. War zu vermuten, ja. Ja. Obwohl sie ja eigentlich in der Serie ein eigenes Zimmer hat. Es wird nie so gezeigt, ja. Die gehen in ein Zimmer und da steht Maggies Bett. Ob da noch was anderes drin ist, sieht man gar nicht. Ich kann mich nur grad an eine Folge erinnern, wo... Also ich kann mich an eine Folge erinnern, wo sie... Na ja, als sie im Schlafzimmer gehen hat und... Maggie liegt dann im anderen Raum. Da kommt dieses Monster und so. Ja, ja, das ist richtig. Das ist richtig. Aber man kann nicht sagen... Umgekehrt, ne. Wenn sie nach Maggie gehen, dann sieht man den Raum eher selten, ne. Das ist ja schon, ja. Na ja, irgendwo mussten sie ja auch hin mit ihr. Cool, die Kopfkissen sehen cool aus. Ja, stimmt. Dann... Dann setz das Bett mal hin, wo sie ihn rein. Warte, da findet noch... Da findet noch was. Die... Die zwei... Achso, diese Leder. Dann müsste eigentlich Lisas und Bart's Zimmer hier sein. Das geht ja dann ja nicht mehr anders. Also... Ich weiß nicht, ob man es sieht. Das ist ein schöner Bett. Wir machen ja eh noch Fotos später. Du musst ja auch ganz genau beantrechnen. Achso, ganz genau. Weil das auch nicht stimmt, ne. Normalerweise kommst du zur Tür rein und das Bett steht dann so. Richtig. Und da wäre auch noch mal ein Badezimmer. Ne, also es ist ja gar nicht so umsetzbar immer alles, ne. Das darfst du jetzt. Das ist Lisas Bett. Oder? Bad. Das ist Lisas. Also wirklich mit... Badbett ist ja auch recht knatschig. Ja, aber... Ja, gut. Mit der Kaffeineiße. Nicht nur. Ist schön in rosa. Wahrscheinlich kriegt Bart Krusty-Bitwisch. Der kriegt Krusty-Bitwisch. Auf jeden Fall. Ja, auch cool. In einer Folge wird ja gezeigt, wie viele er davon hat, ne. Von Krusty. Ja. Das ist richtig. Zumal, ähm... Gibt ja mehrere Folgen, wo er ihm seinen Tribut zahlt. Richtig, ja. Weil wenn Krusty den alles hinschmeißen will, dann kommt meistens ein Bart daher. Versucht ihn auch zu muntern und sowas alles. Naja. Da gibt's schon einige Indizien. Ja, er ist großer Fan, ja. Aber alles, ne. Krustys Anti-Baby-Pille und so. Ja. Das finde ich auch dann mal stark. Oder Sachen, die schon längst verboten waren, hatte er dann auch noch. Also Hustensaft, der irgendwie vergiftet werden soll. Genau. Oh. Oder man wird blind davon. Oder da gibt's ja alle möglichen Späßchen da. Irgendwie ist Krustys Merchandising alles für den Arsch. Oh Gott. Jetzt bricht das Bild wieder auseinander. Oh nein, Bart. Das hast du nicht verdient. Das sind Clasers. Das werden wir gleich sehen. Jetzt mach ich's auch noch falsch. So einfach kann das sein, Ikea. Seht euch das an. Ey. Die Sachen sind wirklich gut aufzubauen. Von Ikea oder von Lego? Generell. Ich dachte vor, du hättest solche Klätzchen in den Kartons drin. Das war lustig. Jetzt neu. Für Lego Nerds. Für Lego Nerds. Das Lego Band. 10.000 Einzelteile. Quatsch haben wir hier doch auch. War jetzt nur Schwarz. Jaja. Dann mach ich keinen Spaß. Aber ein Lego Haus kann ich mir sehr gut vorstellen. Ein Lego Haus, ja. Hast du das schon zusammengebaut hast? So, das ging ja doch flutter als ich dachte jetzt. Und da ist ein Bett und wir werden jetzt vor Ort feststellen. Das kommt ins Grün jetzt noch. Und das sagt erstmal noch nichts aus. Ne, noch gar nichts. Ne, noch gar nichts. Jetzt kommt ein Regal, wie es aussieht. Ein Regal. Ich baue mal das hier. Ja, baue du mal das. Ne, das kriegst du gar nicht. Das krieg ich nicht, ja. Ne, willst du gar nicht haben. Willst du gar nicht haben. Willst du gar nicht haben. Das werden ihre Bücher. Ja, wird wohl so sein. Das wird wieder hingelegt, wie immer. Ja, wir hatten letztes Mal auch so Bücher, die wurden so da reingeschoben. Erinnerst du dich? Ja, von. Machst du den Deckel noch drauf? Ja, so. Oh. Ist zu hoch, irgendwie. Ah, da ist ein Ding. Jetzt, damit es hält. Ah, siehst du. Da geht doch was. Ach so, gleich fertig. Das habe ich eigentlich schon vermutet. Ich nicht. Und es ist kein Bücherregal, so wie es aussieht. Oh Gott. Und das hin. Das ist kein Bücherregal. Duft, das kommt hier irgendwie rein. Ähm, Lupe. Oder was das? Ja, die habe ich vorhin sogar schon gesehen. Die Lupe. Oh, eine Pfanne. Aber was auch immer. Eine Pfanne. Ja, das ist schon eine doofe. Das ist schon richtig. Eine Pfanne. Ja, das ist schon eine doofe. Ah, ist das schön. Eine Pfanne. Eine Pfanne. Ja. Und die ist halt wieder mal eine richtige Köchin. Ich finde die Folge gut, wo sie Präsidentin ist. Ja, davon träumt sie ja immer noch. Das ist ja eine richtige Folge. Das ist kein Traum. Wo dann bald dann kriminell ist und so. Ja, das ist ja im Grunde. Eigentlich ist es Fiktion, ja. Ich wollte gerade sagen. Also echt ist es ja nicht. Kommt das da hin, meinst du? Ist da noch ein Platz frei unten? Ja, so geht das ja auch. Dann dürften wir hiermit fertig sein bald, ne? Noch mal Fenster. Ja, die habe ich ja hier. Zwei kommen ja. Ach, wir haben das alles so. Entschuldigung. Wir müssen das wieder rumdrehen. So, jetzt komme ich ja nicht klar hier. Ich dachte gerade, warum ist das auf einmal hier jetzt. Man, 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 man. So. Aber ich denke mal doch, dass das ganz rein kommt. Ja, so. Also wie gesagt, das Klavier steht auch nicht so ganz da drauf. Das ist alles ein bisschen. Ja, du schiebst das alles rüber. So, jetzt passt das. Jawohl, Herr Professor. Dann passt das auch. So, hier wird auch direkt weiter gebastelt. So. So. Und dann kommt dieser Bursche her. Der soll nicht bündig sein. Gut. Wenn das so ist, bin ich hoch. Mit Hutablage oder was hier? Ja. Oh, vielleicht schon Malibus. Der ist irgendein Kram. Das kann auch sein. Wobei, das lässt in den neueren Folgen auch. Na. Jawohl, sie wird ja auch. Nein. Ja, die werden ja nie weiter. Älter werden sie nicht. So. Wo haben wir denn den zwei mit den Knubbeln? Haben wir den woanders verbaut schon wieder? An Versehen? Nein. Ja. Ja. Da kommt auch dieses Korridor. Ja. Ah, ein Spiegel. Ein Spiegel. Ein Spiegel. Oh Gott. Fenster. Und hier kommt was drauf, was man abnehmen kann. Wahnsinn. So. Hier oben, das hast du. Das habe ich. Ja. Dann sind wir hier durch. Dann können wir hier weitermachen. Da fehlt ja nicht mehr viel. Das hier. Und der 6er da. Ja. So. Warte mal. Irgendwo kam. Ja. Ein Scharnier. Mal gucken, wo. Wo macht man es auf? Hier macht man es auf. Dann ist das Scharnier hier logischerweise drauf. Ja. Passt. Jetzt gerade vor kurzem Moment die Orientierung war. Und das ist falsch, was du machst? Das war jetzt nur intuitiv. Natürlich. Das war intuitiv falsch. Aber jetzt darfst du. So. Jetzt sind die Fensterhaut drauf. Ich denke mal gleich, das war es aber. Okay. Oh, drei. Also mit allen Worten, das war es mit der Etage soweit. Yay. Das war es mit drücke drei, ja. Soll ich das noch mal ein bisschen näher reinziehen, das Ganze. Haben wir jetzt wahrscheinlich Lisas Zimmer. Die Toilette. Und das Elternschlafzimmer. Wobei das Elternschlafzimmer geteilt wird. Genau. Das könnt ihr so noch nicht sehen. Aber hier. Da ist das Bettchen. Wunderschöne ist das Bett. So. Und in dem Sinne sehen wir uns dann Folge bei Nummer drei und Tüte Nummer sechs. Folge fünf meine ich aber. Ja, Tüte drei. In der nächsten Folge. Wunderschöne ist das auch. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.